Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal. Sofort und gleich. Ja, wir gehen mit einem Job vom 21.06.2020 und wir kommen direkt zu einem kleinen A-WOOP. Relativ viele neue Items. Bist du überhaupt in der Richtung? A-WOOP. 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 4,58. Mega-Deals. Das ist ein Achtemal. Das kannst du nicht mehr. 556 Mal, dann sind wir schon bei 21. Da kann man, fast ich es mal. Rumble wieder. Tja, Herr Gleich, da müssen sie jetzt trotzdem jetzt durch. Gleich bei neuen Items. Ja, da kann ich halt nichts vorlesen. Das geht halt im Moment nicht. Tja, toll, super. Da merken sie euch selbst, dass da was nicht passt, oder? Oh, Sky Serpent. So, also wir haben wir... Weißt du an, was mich das so ein bisschen erinnert? An diese Matrix-Dinge da, ne? Ja, irgendwie schon. Aber die, ja... Ja, also, Leute, die Leute, die den euch kommen dürfen, guck ich mich, okay? Bus. Ja, wir haben auch ziemlich viele junge Zuschauer und dadurch werden wir dann ein schlechtes Vorbild. Wir haben ja den Bildungsauftrag. Von daher. Na? Perfekt. Machen wir weiter? Die gucken ganz andere Sachen heutzutage schon. Aber nein, nein, dürft ihr nicht. Nein, nicht, dass ihr dann sagt, ja, aber Papa, Mama, sofort und gleich haben gesagt, wir sollen das gucken. Ja. Genau, das wird sie geben. Ich finde den eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ich gebe dem 4. 4. 4. Okay. 4 von 5. Vetter Wotes. Und 13. Vermeiner. Können sie gar nichts mehr sehen, ja gleich. Nein, ich kann gerade im Moment echt nichts mehr... Oh, die sieht aber geil aus. Oh, die sieht aber geil aus. Gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich glaube, das finde ich echt geil. 3, 2, 1. 5. Also ich würde der sogar 5 geben. Ja, weil du hast die Wahl zwischen hell und dunkel. Da kannst du selber entscheiden. Und 375 Wotes. Ich finde die sieht echt gut aus. Gefällt mir sehr gut. Okay. So. Hat hier auch zwei verschiedene Styles, ja. Oh ja, die sieht gut aus. So, zu zweckigen. Auch so viel, oder? Ja, 4. Ja, genau. 3. 2, 2, 2 und 4 schon mal. Nächste Seite. Das war's von dem Set. Alles bei dem Himmelsding da auch. Gab's da auch eine helle Version? Ja. Ja. Stimmt, das Himmelsding. War da bei diesem Gleiter da? Ja, gab's, oder? Sag mal. Hi. Ah, ja. Wir haben, glaube ich, gesehen. Ja. Hier. So, Sumpfschuppen. Sieht aber gut aus. Ja. Ich finde sie... Wie sieht das Gewehr aus? Welche Zeit waren sie... Das ist die Palm... Ach, das ist diese... Ja. Das ist diese Sniper Pump, ja. Ja, die... Ja, gut. Also, ich meine, die Community wurde jetzt schon mal... Auf Instagram gab's viele Umfragen dazu. Zum Thema, welche Shotgun wieder reinkommen sollte. Und die Community hat am meisten gesagt Combat Shotgun. Ja. Combat Shotgun. Tolle Waffe. Sehr gut. So. Also, ich finde das Ding gut. Mir gefällt das sehr gut. Welche? Die Lackierung. Ach so, die Lackierung. Ja, gut. Von mir würde die vier kriegen. Gut. Ich weiß, ich mag's so schlicht, aber... Ja, ich auch. Ich auch bei zwei Worts genau bei... Und ich finde das echt gut aus. Ja, das passt doch. Perfekt. Ähm. Jetzt kommen wir auch schon zum nächsten... Sumpfschneide. Ja, da muss man wieder aufpassen. Ja, genau, dass man sich nicht wieder verspricht und dann wieder den... Ja, genau. Sonst hast du gleich hier was... 3, 2, 1... 3, ja. 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 4, ja. Gut, machen wir 4. Bei 2,8, bei 5 Volt sind 140. So, jetzt kommen wir zur Bewertung des heutigen itemshops. So, was wird sie mal in einem Shop geben? Ich würde dem heute mal ein Lobet geben. Ausnahmsweise. Seit langer Zeit... Die neuen items immer gut, ja. 2,162 Lobets 3241 ist mehr und 5.893. Hey, das wird sich auf erstmal nach oben an. Schau, was ich mal da habe. Ja, wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen.